Hey, guck mal raus. Willkommen in Mopani, Leute. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. So kann ich meinem Mädchen wieder näher kommen. Hat Mom welche davon gemacht? Die kleine Beule hier, das bist du. Sie fehlt mir immer noch, jeden Tag. Was ist das? Da ist was auf der Straße. Lass die Mädchen nicht aus dem Wagen. Wartet hier im Wagen. Ihr wartet im Wagen. Diabolo. Diabolo? Okay, was hat er gesagt? Diabolo. Diabolo, das bedeutet Teufel. Was? So etwas habe ich noch nie gesehen. Mehrere Angriffe, ohne die Beute zu fressen. So was machen Löwen nicht. Jedenfalls keine Löwen, die ich kenne. Geh zurück zu den Mädchen. Kommt zu uns, bitte! Mehr! Fahr, fahr! Fahr los! Fahr! Hey, 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 atme tief durch. Atme tief und langsam. Wir sind jetzt in seinem Revier. Hier gilt das Gesetz des Dschungels. Ein anderes Gesetz gibt es nicht. Die haben Gewehre. Ihr habt ja nichts verloren. Hey, was soll denn das? Stopp! Stopp! Ich muss meine Mädchen in Sicherheit bringen. Du musst mir jetzt vertrauen. Ich komme zurück. Nicht bewegen, okay? Wo ist der? Ja, ich wollte jetzt! Bis zum nächsten Mal! Ja, ich lesson. Du musst du mir kurz. Ich Untertitelung des ZDF, 2020